Wachsen Freundschaften, wo die alten Kriegskameraden sagen, die ein Leben lang gehalten haben. Dem Tod und den Entbehrungen gemeinsam ins Auge zu blicken und dabei sich selber zurückzunehmen, zugunsten der Kameraden. Den Tod und die Entbehrungen leichter zu ertragen, weil die Gemeinschaft trägt, die Kameradschaft, sie meistert gemeinsam. Ja, und gute Kameradschaft findet man nicht nur beim Militär, sondern auch in unserem Alltag. Das gilt für die Feuerwehrkameraden, die auch gegen einen gemeinsamen, wenn auch anderen Feind kämpfen. Und in anderer Form ebenso auch für unsere Vereinskameraden in Musik oder Sport und in vielen Feldern des gesellschaftlichen Lebens. Formen der Kameradschaft haben wir auch vorgefunden in der Corona-Pandemie, als dieser Feind des Corona war. Überall da, wo Zusammenhalt spürbar war, wo Achtsamkeit, gegenseitige Hilfe deutlich wurde. Letztlich da, wo dieses eigene Ich, das eigene Ego zurückgestellt wurde oder vielmehr verbunden wurde mit einem großen Wir. Ich hatte einen Kameraden. Auch die Friedensgebete in Straubenhardt, sie stehen unter diesem Leitgedanken. Wir ziehen nicht in den Krieg, wir ziehen in den Frieden. Auch hier haben wir Woche für Woche Kameradschaft erlebt. Das Miteinander, das aktive Einstehen für den Frieden, wir ziehen in den Frieden. Auch die tatkräftige Hilfe für unsere ukrainischen Gäste, auch diese Hilfe, sie stand unter diesem Motto, wir ziehen in den Frieden. Vielen Dank allen, die ihre Häuser geöffnet haben, die Wohnungen angeboten haben. Danke allen, die Unterstützung leisten, Integration ermöglichen, in den Rathäusern und Landratsämtern und auch im Ehrenamt. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht, die Trommel schlug zum Zeitstreite. Er ging an meiner Seite in gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt's mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben. Bleib du im hefgen Leben, mein guter Kamerad. Angesichts von Tod und Trauer, angesichts der Gräber, da hilft mir der Blick auf Jesus Christus. So wie der Soldat in unserem Bild auf Jesus Christus schaut. Unser Blick hilft mir, dieser Blick auf Jesus Christus weiterzumachen, aufzustehen. Denn Jesus Christus ist ja derjenige, der weitergemacht hat, der aufgestanden ist, der auferstanden ist, der Leben ermöglicht. Ewiges Leben und Leben im Hier und Jetzt, beides. Leben mit Sinn, Leben mit Anstand, Leben mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Diesen Jesus hat diese Kugel getroffen. Er wurde ans Kreuz gebracht. Er liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stück von mir. Jesus, der gute Kamerad, der mit uns kämpft, der sich für uns einsetzt, der Trauer in Zuversicht verwandelt, Angst in Mut, Verlorenheit in Hoffnung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die einen glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe Gottes, sie bleibt bestehen, auch und gerade dann, wenn vieles andere ins Wanken gerät. Ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Das hat dieser Jesus gesagt und nicht nur gesagt, sondern auch gelebt. Der rote Faden seines Lebens war die Liebe in Wort und Tat. Er opferte nicht andere für sich, sondern hat sich selber dahin gegeben. Er ist am Kreuz gestorben, um uns seine grenzenlose Liebe zu zeigen und dieser Welt den wirklichen Frieden zu schenken. Lasst uns ausstrecken nach diesem Frieden Gottes. Der Friede ist und bleibt unsere gemeinsame Aufgabe. Wir lassen nicht zu, dass darauf herumgetrampelt wird. Dafür hat uns Gott das Leben nicht geschenkt. Wir leben und jeder andere soll doch auch leben. In diesem Sinn und auch mit Hans-Dieter Hüsch gesagt, lasst uns Gottes versammelte Großzügigkeiten werden und seine Artisten sein. Schaut nochmal drauf. Es kam jetzt in den Nachrichten. Die letzten Tage hat Banksy, dieser Künstler, dieser Sweet-Art-Künstler, diese Kunstwerke gemacht oder Graffiti gemacht. Und zwar auf zerstörten Häusern in der Ukraine. Ist jetzt die Tage gestern aufgetaucht. Einmal in diesen Trümmern diese Turnerinnen, das Mädchen und dann das Mädchen, die Frau, die die Bänder schwingt. Und Artisten für das Leben mitten im Zerbruch. Lasst uns Artisten sein für den Frieden und Handwerker. Menschen mit Zuversicht, mit Geduld, mit Freundlichkeit. Lasst uns spielerisch auftreten, wo andere mit dem Fuß aufstampfen. Lasst uns Feinde in Freunde verwandeln. Viele sagen, das sei ihnen unmöglich. Andere sagen, das entspricht ja gar nicht dem gesunden Menschenverstand. Es entspricht aber Gottes Verstand und Gottes Plan für uns, Gottes großer Liebe. Lasst uns dieser Liebe trauen, mehr als auf alles andere. Amen. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, wir singen miteinander das nächste Lied. Er hört dein Gebet. Er hört dein Gebet. Er hört dein Gebet. Amen. Amen. Freundlicher Gott, du liebst das Leben und hast die Schöpfung als Lebenshaus für alle geschaffen. Du willst, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Dich bitten wir angesichts der Trümmer von Krieg und Gewalt, lass uns nie die Hoffnung verlieren. Schenk uns Kraft zum Frieden, Kraft zu Wiederaufbau und Neuanfang. Angesichts der zahllosen Kriegstoten, tröste die Trauernden in ihrem Schmerz. Trockne die Tränen der Hinterbliebenen in den Trümmern von Krieg und Gewalt. Sei du bei allen, die sich um Gerechtigkeit und Frieden mühen und stärke die, die sich für ein Ende von Gewalt und Krieg einsetzen. Auf den Schlachtfeldern dieser Welt lass die Toten nicht endgültig tot sein, lass die Opfer nicht auf ewig Opfer sein. Denn auf dich hoffen wir, auf dich bauen wir, dir vertrauen wir unsere Sehnsucht an. Und so kommen wir zu dir mit dem Gebet, das du uns Jesus Christus gelehrt hast. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun auf Bekanntmachungen aus der Kirchengemeinde. Ja, zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Mitwirkenden, vor allem Musikverein oder Martin an der Orgel und David Gerlach, all denen, die aufgebaut haben, die nachher wieder abbauen dürfen, wollen müssen. Also herzlichen Dank allen Beteiligten und natürlich Ihnen, dass Sie gekommen sind, denn sonst hätte das Ganze auch keinen Sinn gemacht. Also schön, dass Sie da waren. Nehmen wir Sie was mit, ein guter Gedanke vielleicht, auch ein Gespräch auf dem Heimweg noch mit dem einen oder anderen. Nehmen wir Sie das mit in den Tag. So, wir haben noch folgende Veranstaltungen in nächster Zeit. Morgen am Montag um 16 Uhr die Kinderstunde, das ist für drei bis sechs Jährige im Gemeindehaus in Conweiler. Um 18 Uhr ist in Feldrennach bei der Kirche das Friedensgebet und um 19 Uhr bei uns in Conweiler im Kirchsaal das Montagsgebet. Am Dienstag ist um 9 Uhr 30 Krabbelkreis im Gemeindehaus, um 16 Uhr 30 kleine Jungsjungschau und um 19 Uhr Jugendkreis, alles im Gemeindehaus. Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch findet nicht nachmittags statt, sondern als Gottesdienst zum Buß- und Betag. Mit dem Abendmahl mit den Konfirmanden in Feldrennach mit Pfarrer David Gerlach. Um 19 Uhr habe ich glaube ich gesagt. Am Donnerstag ist um 14 Uhr 30 Bibelstunde in Conweiler mit der Siklinde Fischer und um 20 Uhr die Abendbibelschule in Feldrennach. Am Freitag um 16 Uhr 30 die gemeinsame Jungschau, das ist ab Klasse 5 in Feldrennach, also Jungs und Mädels zusammen. Um 16 Uhr 30 in Conweiler die kleinen Mädels und um 19 Uhr Teamkreis auch in Conweiler. Am Samstag um 16 Uhr ist Probe für das Weihnachtsmusical im Gemeindehaus. Und wer Bücher und Kalender und Losungen möchte für nächstes Jahr, darf sich gerne an die Frau Elke Schimke wenden. Oder als Vorschauer am 1. Dezember ist Vormittagstreff im Gemeindehaus, da können Sie es auch mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht inwieweit das eingeblendet wird. Ich habe hier jetzt noch die Folien oder das nachher verteilt wird. Stunde der Hoffnung ist nächsten Sonntag um 17 Uhr. Hier in der Halle, da ist dann auch ein bisschen geheizt für alle die, die jetzt heute doch frieren. 17 Uhr in der Halle, dann das Opfer vom letzten Sonntag waren 117 Euro für die Bibelverbreitung. Vielen Dank dafür. Heute bitten wir Sie um ein Opfer für die Friedensdienste in der Landeskirche. Und dann noch der kommende Gottesdienst, nächsten Sonntag, weil es jetzt heute so schön war, gleich nochmal hier. Wir hoffen, es ist ein bisschen wärmer. Und wie gesagt, geben Sie uns nachher gerne Rückmeldungen, wie es war, ob wir mehr Unterstützung brauchen oder wie es war, sagen Sie es gern, aber ansonsten herzliche Einladung. Nächsten Sonntag wieder 10.30 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Abendmahl. Ne, hätte mich jetzt auch gewundert. Gerade frage ich mich, wie machen wir das hier? Also ohne Abendmahl Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag hier auf dem Friedhof in Konweiler. Und wie gesagt, um 17 Uhr die musikalische Stunde. Das war es, was ich an Papier habe. Dann singen wir jetzt gemeinsam das Lied, Befiehl du deine Wege. Das war es, was ich hier. 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 Wir haben in der letzten Woche, liebe Kameraden, verloren. Eine Kameradin, ein Kamerad, die in Konweiler sehr geschätzt waren, sehr beliebt waren auch und viel geben konnten unserem Dorf. Ich bitte euch, der gestorben ist, der ehemalige Feuerwehrkommandant Herbert Keppler. Wir gedenken, dass wir sie kennenlernen durften, dass wir sie kennenlernen durften, dass wir sie in unserer Mitte gehabt haben. Großer Gott, großer Gott, segne du die Familien, schenke du Trost und Kraft, hab Dank für das Leben von Lieselotte Nonnenmann und Herbert Keppler. Amen. Und sei dir gnädig. Und sei dir gnädig. Und sei dir gnädig. Nehmen Sie bitte Blatt. Und sei dir gnädig. Und sei dir gnädig. Ja, vielleicht. 哲 parte. Amen. 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 Amen.